Wir machen heute ein Special-Effects-Make-up für Halloween. Es wird gruselig. Ich spreche hier mal eine kleine Trigger-Warnung aus. Das erste, was wir tun werden, das habe ich mir aus meiner Trickkiste gekramt heute. Ich wusste gar nicht, dass ich es noch habe. Aber wir haben eine Glatzenkappe. Ich werde versuchen, die jetzt gleich anzubringen, denn wir brauchen für das Kostüm eine Glatze. Ich habe mir natürlich den besten Tag dafür ausgesucht, nachdem ich mir schon habe eine enorme Menge an Haaren ankleben lassen. Das macht es natürlich sehr viel schwieriger, irgendwie eine überzeugende Glatzenkappe festzumachen. Aber ich bin treuer Abonnent von Alicia Marie auf YouTube und deswegen halte ich mich für einen Special-Effects-Make-up-Artist. Hi. Ich sehe aus wie ein Penis mit einem Kondom drüber, das gerissen ist. Amazing. Ja. Ich lebe hier auf Madeira und ich sage, wie es ist. Es ist sehr begrenzt hier, was den Fake-Bart-Handel angeht. Ich sehe aus wie ein Trucker. Das ist viel zu stark. Ja, moin Leute. Schön hier zu sein. Da kann ich ja so wirklich so viele tolle Gesichter hier im Chat. Mensch. Ich bin einer, wenn der Wecker geht, da habe ich die Augen offen und ich kann direkt aufstehen und raus. Also das fällt mir da gar nicht mehr. Da habe ich gar keine Probleme mit. Ich habe meinen Bart-Hahn verschluckt. Das passiert gelegentlich. Der ist sehr fusselig. Das letzte Mal, dass ich einen Song rausgebracht habe. Das ist schon echt lange her. Das ist schon, das ist schon echt lange her. Ich habe jetzt meinen Songwriter angeschrieben und der hat Gott sei Dank heute Zeit. Hier ist Mark Forster. Mark Forster, falls du mich, also wenn du mich nicht kennst, dann kriegst du mal Nachhilfe. Welcher Mark Forster? Mark Forster, Mark Fürster. Muss man den kennen? Also wenn du mir so kommst, dann sage ich gleich Au Revoir, mein Freund. Ah, Au Revoir. Ich habe ja meine alten Songs nochmal angehört, ja? Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, das kann, das kann geiler sein. Ich stelle dir vor, Au Revoir wäre nicht Au Revoir, sondern Tschüsseldorf, San Francisco, Ciao Kakao, Bye Silikum, Ferrero Tschüsschen, Bis Baldrian, Ciao die Arabien, Bis später Silie, Bundesgarten Ciao. Du willst singen heute für uns, Mark? Ja, ich bin Sänger. Aber ich hatte natürlich auch gehofft auf ein Feature von dir. Also für so einen Beat, da ist mir wichtig, das muss halt so eine Mischung aus so ein bisschen weichgespült, so ein bisschen Schlager, aber nicht so richtig sein. Weißt du, was ich meine? Mark, das ist es, oder? Das ist es. Ey, wenn das nicht sogar schon zu viel ist. Sag mir bitte, worüber du gerne reden würdest. Ich würde gerne über den wirklich krassesten Tag meines Lebens reden. Also die erste verrückte Sache war halt, ich habe halt morgens, normalerweise esse ich mir halt zwei glatte Toastscheiben, ne? An dem Tag habe ich mit drei gegessen. Das mache ich sonst nie. Und du möchtest? Das mache ich sonst nie. Also das mache ich sonst nie. Das ist doch verrückt, also daraus kann man noch einen Song machen schon, oder? Aber ich erzähle gerne weiter. Ich bin einfach glücklich, wenn ich das höre. Erzähl weiter, ja. Ja, angezogen, dann dachte ich mir, boah, die Sonne scheint. Ich glaube, ich gehe mal raus. Ich habe mich nach hinten gedreht und einmal zu meiner Frau gesagt, bis später Seele. Bin raus. Das ist wirklich schön. Ich bin morgens wach. Ausgeschlafen. Bei mir ist nichts schlapp. Ja, ja. Das ist ein wirklich guter Start, Mark. Sechs, sieben, acht. Ich mache mal neu, ich habe einen Test gehabt, dann wisst ihr jetzt, wie es abgeht, dann geht es ab, der Energy. Dannergius. Morgens wach. Morgens wach. Ausgeschlafen. Digga, der war doch solide. War doch solide. Weiter geht es. Du bist One-Hit-Wondermann. Ja. Habt nur Mut. Umarm nen Baum. Wow. Umarm nen Baum. Den Ton fand ich richtig gut. Ich habe es bis hierhin gespürt. Es kam auch aus meinem Herzen. Das ist mir wichtig bei meiner Musik. Die kommt aus meinem Herzen. Und aus meinem Hals, weil da produziere ich meine Stimme. Aber ja, auch aus meinem Herzen. Zusammen sind wir toooop ein. Cool. Ich fände es cool, wenn wir die zweite Strophe vielleicht so ein bisschen emotional machen. Also hast du was zu erzählen über deine Gefühle oder wie? Ich habe keine Gefühle tatsächlich, aber andere Leute. Deswegen würde ich das so ein bisschen mit reinnehmen. Oh, schau dich um. Es regnet nicht. Die Sonne, sie scheint nur für dich. Oh. Ich fühl es halt. Na, was soll ich sagen? Klatsch die Hände zusammen, unsere Herzen in Flammen. Ich stehe und sing für dich. Zeig ein Lächeln im Gesicht. Junge, wie bist du durchgedreht am Anfang? Ich bin Musiker durch und durch. Marc, ohne jetzt mal Flachs weg. Das Song wird krass. Das wird ein kranker Song. Klatsch die Hände zusammen. Was macht so ein Marc ganz normal? Sein normaler Alltag von Marc? Also ich habe heute gelüftet. In die Dusche bei 38 Grad. So wie ich es mache. Okay, Leute, wir nehmen jetzt noch ein paar Ad-Libs auf à la Maki. Let's go. An dich. Yo, bist fertig? Habt ihr gerade alles geschickt, mein Freund? Beste Frau. Äh, Mann. Mann. Aber wenn du noch ein bisschen den Feinfühligen raushängen lassen. John schreibt, yo, hatte gerade fast Schlägerei. Lack, bin in der Bahn und mixt es hier. Okay. Okay. Er sagt ihm, er sollte am besten mal hey, hey, hey sagen, wenn eine Schlägerei passiert. Ich glaube, da passiert dann nichts. Klatsch die Hände zusammen. Es ist ein Ohrwurm. Wie müsste denn der Traumtyp für deine Tochter sein, Marc? So ein ganz durchschnittlicher Dude. Weißt du, was ich meine? Der so keine Probleme macht, genug Geld verdient, so. Hörst du öfters deine eigenen Songs an? Ja, ich höre nur meine eigenen Songs tatsächlich, damit ich nicht irgendwie inspiriert werde von anderen Sachen. Ja, mein Programm kackt ganze Zeit ab. Ja, manchmal muss man aber mal einen Schritt zurück, ne, um einen Schritt nach vorne zu gehen. Wenn die vom ersten Anfang, ne, für die, ähm, für die SWR, da, Big Band, treibt wieder zusammen mal auf, ne? Da Nergius. Ja. Ja. Wenn dein Vertrag stimmt, ja. Was für ein Vertrag? Das ist eine Ehre, mit mir zusammenzuarbeiten. Wie viel Prozent denn nimmst du denn, Marc? Also 100. 30, meinst du? Ja, generell im Leben. Ich bin ein Macher. Ja, immer 100% geben, immer 100% nehmen. Hört sich ja irgendwie logisch an. Siehste? Ich bin halt so ein Typ, weißt du? Ich bin halt nicht perfekt, weißt du? Aber das macht mich halt aus. Ich suche immer das Perfekte im Unperfekten. Ich weiß nicht, ob du YouTuber guckst oder Streamer? Nee, gar nicht. Ist Anni? Anni, äh, Anni the Dark oder so? Sie macht immer so. Und dann guckt sie so und dann macht sie einfach mal so. Und auf einmal ist sie so ein Anime-Charakter. When a passion on the way geht. Das könnte sogar Marc Foster raushauen, weißt du, was ich meine? Und sie hat mir mal gesagt, halt deine Fresse, hat sie einfach gesagt. Halt deine scheiß Fresse, hat sie gesagt, du verdammter Hund. Dadurch habe ich so viel gelernt, man, deswegen wollte ich dir noch Bescheid sagen. Glaubst du, ich sollte mal die Fresse halten? Viele Leute sagen so, hey, halt's Maul, halt die Fresse, like legit, schließ deinen Mund, hör einfach auf zu reden, like niemand interessiert, was du sagst, sagen echt viele Leute. Und ich frage mich, was die damit meinen. Manchmal muss man so zwischen den Zeilen lesen. Dann sagen die eigentlich, bring mal einen Song raus. Kehörst du eigentlich Deutschrap, Marc? Ich sehe mich ja ein bisschen als Rapper. Also ich höre meine eigene Musik. Also ja. Oh, Track ist sehr gut geworden. Klar. Marc versinkt sich manchmal. Nee, tue ich nicht. Aber du bist krass. Nee, tue ich nicht. Ich glaube, da verwechselt er uns beide. Ja, ich glaube, ah, er schreibt, nee, Marc versinkt. Äh, du versinkst. Ah, okay. Er meinte mich mit du. Okay. Marc, also ich würde mir wünschen halt, dass du danach, hast du einen Plattenvertrag? Nee. Signst du Leute auch? Nee, tatsächlich nicht. Ich mache das alles selber. Let's go. Marc Foster featuring Denergy. Live. Morgens wach. Ausgeschlafen. Bei mir nichts schlapp. Kaufen Kappen. In die Dusche bei 38 Grad. Denn das ist so, wie ich es mag. Glaub an dich. Und lebt den Traum. Hab nur Mut. Umarm nen Baum. Lauf der Sonne entgegen. Es kann uns niemand nehmen. Jetzt sind wir dran. Lass mich leben. In den Tag rein. In den Tag rein. Mach dir keinen Kopf. Nein. Sag, du bist am Start. Nimm jetzt meine Hand. Zusammen sind wir top 1. Zusammen sind wir top 1. Top 1. Zusammen sind wir top 1. Top 1. Klamm die Hände zusammen. Unsere Herzen in Flammen. Ich stehe und sing für dich. Zeig ein Lächeln im Gesicht. Klamm die Hände zusammen. Unsere Herzen in Flammen. Der Augenblick Magie. Ich sag nur C'est la vie. Warum denn das Schmollgesicht? Hör mir zu, das steht dir nicht. Sieh dich um, es regnet nicht. Nein, die Sonne, die scheint nur für dich. Warum das Schmollgesicht? Hör mir zu, das steht dir nicht. Sieh dich um, es regnet nicht. Top 1. Und live in den Charts. Nur du und ich. Und Marc. Bis mein Herz versagt. Ich will Liebe, Lächeln, Tränen. Alles geflossen. Was wäre, wenn wir noch wären? Ich hab es genossen, mit dem Tag rein. Mach dir keinen Kopf, nein. Sag, du bist am Start. Nimm jetzt meine Hand. Zusammen sind wir top. Zusammen sind wir top. Top, 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 top. Zusammen sind wir top. Die Hände zusammen. Unsere Herzen in Flammen. Ich stehe und sing für dich. Ich zeig ein Lächeln im Gesicht. Kalt die Hände zusammen. Unsere Herzen in Flammen. Der Augenblick Magie. Ich sag nur, Stella V. Der Augenblick Magie. Ich sag nur, Stella V. Der Augenblick Magie. Ich sag nur, Stella V. Marc. Ich küsse dein Auge. Ich dich nicht, weil ich eine Frau habe. Oh Mann, Alter. Wir können doch unter Brüdern uns Augen küssen. Ist das so? Ich weiß nicht. Kann man also... Klar, unter Brüdern kann man immer die Augen küssen. What the fuck? Klar sind wir Brüder. Marc, hat dir das schon gefallen? Kurz eine Enthüllung. So, wir sind Brüder und dann doch nicht. Du willst mich küssen, aber doch nicht. Ich weiß nicht. Ich bin sexuell verwirrt. Und familiär verhältnismäßig verwirrt. Danergy, es war mir eine Ehre mit dir, diesen Track zu produzieren. Ich kann nicht mehr... Das ist jetzt einfach vier Stunden durch, Digga. Danergy, ich sag Tschüssikowski, Au Revoir. Marc. Und ähm... Bonjour und ähm... Bundestages-Ciao, ne? Habt einen geilen Abend noch, Marc. Du auch. Lass dich nicht ärgern. Du auch nicht, Danergy. Das ist dein Auge. Wir hören uns. Ich sage nur normal Tschüss, weil wir weder Brüder sind noch Geliebte, aber... Tschüss, Lidov. 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 Tschüss, Lidov.